Du bist doch eigentlich ein jugendlicher Typ. Wie alt bist du jetzt? Heute? Älter. 30. Du bist älter als du aussiehst. Das stimmt, ja. Das wird dir später mal, also das wird sich mal umschlagen. Gegensatz zu dir. Ich hab dir noch gar nichts getan und du fängst an mich hier anzumachen. Mit dem Alter und mit dem Aussehen haben wir es ja alle immer. Ist es nicht manchmal so, wenn du U-Bahn fährst, dass die dann einfach sagen, komm, lauf so durch? Bis zum nächsten Mal.